Brutti Irvine, den kann er nicht halten, aaaaaaah! Böser Unfall! Ganz böser Unfall, das könnte einen Abbruch geben. Ist das Blau Chimont? Das Blau Chimont, ja. Das ist der erste Teil vom Blau Chimont, das. Er steigt auch. Er steigt auch. Das ist Irvine. Das heißt Irvine. Wo ist Brutti? Brutti ist ein Kram, der Kamm, der Kamm, der Kamm, der Kamm, der Kamm, der Kamm, der Kamm. Und dann wird er in der Kamm, der Kamm, der Kamm, der Kamm! Und dann wird er in der Kamm. Zubacher Montoya kontra Toni Rathu. Doch, Montoya greift an. Oh, das gibt's ja nicht! Unglaublich, Verrührung! Montoya, jetzt kommt der Kamm! Montoya ist vorbei. Das ist Wahnsinn! Wundfall! Wilde! Auf! Reizumann! Ich bin nicht überschlagen! Reizumann scheinbar bremsenbreit. Er steigt aus! Aber wo ist Wilde? Er ist aufgestiegen und nicht das Schlimmste, was passiert. Oh, hier kommt's! Wo ist Wilde? Bist im Windschatten, lässt ihm ansaugen, ohne! Oh Gott, ja, es ist jetzt ein bisschen! Und das ist das ein bisschen! Ja, das sind die ersten beiden, liebe Zuschauer. Oh, Uli! Oh, Uli! Und da sind wir die Kellerbilder. Bei so vielen Autos ist die Unfallgefahr in der ersten Kurve hoch. Seid vorsichtig. Oh, Uli!